Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Dell Latitude 15 und zwar ein 3520 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt, aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist hierbei, dass die Schrauben im Gehäuse bleiben, wie man hier ganz gut sehen kann. Die werden also nur gelockert und kommen nicht ganz raus. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und ja, oft ist es auch so, wenn die Schrauben gelöst sind, dann kommt einem auch die Unterseite schon so ein bisschen entgegen und hat da schon meistens nicht immer eine kleine Öffnung, die man dann auch nutzen kann. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräte-Rückseite an. Und dann versuche ich, die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen wackeln und hin und her rutschen, funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal. Das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind. Oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen. Und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen. Einfach abziehen. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. So, was können wir noch sehen? Hier sehen wir den RAM. Da sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte, dazu aber später mehr. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt und die GPU. Und hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Es gibt hier auch noch eine kleine Besonderheit und zwar kann man hier auch eine 2,5 Zoll Festplatte verwenden. Die würde hier eingebaut werden und dafür müsste man dann allerdings einen kleineren Akku nehmen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen, die auch alle mit M2 auf dem Akku selber markiert sind. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch den neuen ersetzen. Hier muss man übrigens aufpassen, weil bei dem neuen Akku das Kabel nicht dabei ist. Das lässt sich hier von dem Akku ganz einfach trennen und abziehen. Und bei dem neuen Akku muss man dann auch dieses Kabel wiederverwenden und dann eben gegebenenfalls dort wieder dran stecken. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Danach muss man noch das Kabel trennen und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man zuerst nach oben, nicht einfach dran ziehen und dann kann man das Kabel aus dem Stecker ziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, was manchmal ein bisschen friemelig sein kann. Dann den Stecker einfach wieder zuklappen. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Hier sehen wir die SSD. Das ist in dem Fall eine verkürzte SSD. Da passt aber auch eine ganz normale längere rein. Um die auszutauschen, müsste man nur die Schrauben hier lösen. In dem Fall jetzt die eine. Dann kann man die leicht nach oben aus dem Slot nehmen und dann umgekehrt einfach genauso wieder einstecken. Sollte man hier eine lange SSD verwenden wollen, dann muss man diesen Abstandshalter, der hier sitzt, aus dem Gerät rausschrauben. Danach wird der nach hinten gebracht. Da gibt es extra Platz dafür. Der kommt mit diesen kleinen Flügeln einmal 180 Grad gedreht in die Ausbuchtung hier. Das ist alles echt super einfach, weil der schon so vorgefertigt ist. Ja, da kommt das einfach rein, wird dann eben verschraubt und dann hat man da genau die richtige Länge, um eine große SSD einzubauen. In unserem Fall machen wir das jetzt natürlich nicht. Das heißt, ich baue das wieder vorne ein, stecke die SSD in den Slot und dann wird die einfach wieder verschraubt. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind. Da sollte man also nicht direkt dran ziehen. Eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und dann mit ein bisschen hin und her rütteln, rauszuziehen. Sind die Schrauben dann entfernt und alle möglichen Kabel aus der Führung draußen, kann man den Lüfter einfach aus dem Gehäuse nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Sollte man übrigens mal nicht wissen, wie rum der Stecker rein kommt, die Kontakte, die man hier ganz gut sehen kann, zeigen in dem Fall beim Wiederverbinden nach unten. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge, genauso wie der Ausbau. Wir legen den Lüfter wieder in seine Position. Und ganz, ganz wichtig, natürlich nicht vergessen, das Lüfterkabel auch wieder mit dem Mainboard zu verbinden. Da auf jeden Fall darauf achten, dass das Kabel bzw. der Stecker richtig drin und fest sitzt, damit am Ende der Lüfter auch wieder richtig arbeitet. Wir können ihn dann verschrauben und ja, schon hat man den Lüfter getauscht. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann einfach wieder zuschrauben und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.